Hallo, hallo, Ben Wellen hier und willkommen zu meinem YouTube-Channel. Und es ist mal wieder ein Sonntagsrent angesagt. Der Ben kam gerade mal wieder nach Hause nach einem Albtraumreise, Albtraumflug. Mache ich ein anderes Video drüber, müsst ihr unbedingt hören. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es mal wieder um ein Sonntagsrent. Und über was sich der Ben so ein bisschen aufregen muss. Ich sage mal muss. So, wo fangen wir mal an? Mit der Massekonferenz. Diese Massekonferenz, die können einfach nicht aufhören, über den Ben zu reden. Der Ben ist ja so uninteressant. Aber ständig nimmt irgendjemand meinen Namen in den Mund und hat mal wieder seinen Senf dazu zu geben. Zu irgendwas, was ich irgendwann mal gesagt habe. Und natürlich ging es wieder um diese blöde Oßgeschichte, wo ich 100% noch zustehe. Genauso wie ich es gesagt habe. Und das wird sich auch nicht ändern. So, wer hat mal wieder was gesagt? Naja, da waren zwei Clowns, die was gesagt haben. Aber ich sage jetzt nur über einen etwas. Naja, wer ist denn der eine, der da so einen Dünnschiss von sich gegeben hat? Naja, ihr wisst schon, der 1, 2, 3 Käse hoch, der Typ, der immer letzter wird auf jedem Profi-Wettkampf. Na, der, wie heißt der noch? Der Ölmischi. Der Ölmischi, genau der aus Österreich. Genau, richtig, richtig. Und der hat mal wieder so einen richtigen, schönen Schiss aus seinem Mund hingelegt. Ja, nicht aus dem Arsch, sondern aus seinem Mund hat er gesagt, jetzt muss man da so ein bisschen Scheiße rauskommen. So, was hat er bei den Bänden gesagt? Er hat gesagt, ich kann doch nicht einen für voll nehmen, der vor 30 oder 40 Jahren seinen Höhepunkt der Karriere hat. Oh, nein, das kann ich doch nicht. Hey, Lee Haney, wann warst du Mr. Olympia? Ah, vor 40 Jahren. Junge, also wenn du jetzt irgendwas über Bodybuilding zu sagen hast, tut mir so leid, niemand kann dich mehr für voll nehmen, weil es ist schon so lange her, weißt du? Ja, ich weiß, du warst achtmal Mr. Olympia, aber das letzte Mal vor 32 Jahren und jemand, der zwischen 30 und 40 Jahren seinen Höhepunkt hatte, ja, den kann man doch nicht mehr für voll nehmen. Lee Haney, hinsetzen, halt die Klappe. Ne, du weißt gar nichts mehr. Zu lange her. Ne, okay? Oh, okay. Hier kommt mal die Richtigstellung. Gut, mein Höhepunkt, ja, ist schon ein bisschen her. 22 Jahre, um korrekt zu sein. Okay, okay. Lange Zeit, lange Zeit. Okay? So. Aber, ja, zu der Zeit, da gab es im Jahr noch vier, fünf Prokarten, glaube ich. Jetzt gibt es 1.500 Witzkarten, äh, ich meine, Prokarten, ja, also, unfucking fassbar. Jetzt sage ich dir mal was. Öl, Michi. Ja, pass mal auf. Hören wir genau zu. Vor 30 Jahren. Jeder Top-5-Athlet auf der WM vor 30 Jahren hätte jede Proqualifier, Feier, Feier, Feier gewonnen. Heute. Top 5. Ein Alfred Neugebauer, der hätte jeden zerstört, ja, auf so einem Proqualifier. Die Top 5 auf einer WM von vor 30 Jahren und dann die Liste hoch, hätten euch alle den Ass gewuppt, wie man so schön sagt. In der Form von vor 30 Jahren. So gut seid ihr heutzutage auf eurem Proqualifier, ja. Seid ihr so stolz, IFBB Pro. Ja, nichts im Vergleich von vor 30 Jahren, aber man kann ja niemanden ernst nehmen, der vor 30 Jahren. Lee, hinsetzen, habe ich gesagt. Lee Haney, nein, zählt nicht, zu lange her. Shut up. Okay. So, ja. Also, wie gesagt, jetzt gehen wir mal 30 Jahre zurück. Öl, Michi. Ich würde sagen, du hättest niemals eine WM gewonnen bei den Amateuren, niemals eine Europameisterschaft bei den Amateuren. Du wärst niemals österreichischer Meister geworden bei den Amateuren. Dorfmeister. Naja, okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Stadtmeister. Stadtmeister hättest du wahrscheinlich geschafft vor 30 Jahren. Weil so war das Level damals bei den Amateuren. Stadtmeister. Der Öl, Michi, ist Stadtmeister. Und da klingelt sogar mein Telefon. Schau dir das mal an. Oh mein Gott. Direkt, ne, weg damit. Gut. Vergessen, das Telefon auszumachen. Na, ich rede mich schon wieder in Rage. Wo bin ich denn jetzt hier? So. Auf der FIBO. Jetzt reden wir wieder über Lee. Ja, jetzt reden wir über dich. Nochmal, hinsetzen. Reden wir nochmal über das Wissen der heutigen Jugend Bodybuilder oder der New Generation of Bodybuilders, wenn es kommt zum Bodybuilding History. Die wissen ja gar nichts. Die wissen überhaupt nichts. Da haben sie einen Umfall gemacht. Oh, wer hat die meisten Gewinne bei einem Mr. Olympia? Ja, da kamen sie doch gerade ab mit so Ronny Coleman. Ja, und wer noch? Ich weiß. Hinsetzen. Ja, ja. Also, die wussten nicht, 9 von 10 wussten nicht, dass Lee Haney Rekordhalter ist bei Mr. Olympia mit Ronny Kungen. Die wussten gar nicht, wer Lee Haney ist. Jetzt stellt euch das mal vor. Was habt ihr denn mit Bodybuilding zu tun, wenn ihr nicht wisst, wer Lee Haney ist? Ich habe nichts mit Boxen zu tun. Aber wenn ich ein Boxfan wäre oder selber boxen würde und selbst ich jetzt, ohne Boxfan zu sein, weiß, wer Joe Louis ist oder Max Schmeling, der erste deutsche Weltmeister. Oder Mohamed Ali, der vorher Cassius Clay war. Und, und, und. Die kennen gerade noch Mike Tyson oder irgendwas. Ist doch der Hammer. Ihr betreibt Bodybuilding und wisst nichts über die Geschichte des Bodybuildings. Schämt euch. Ja? Richtig, Lee. Die sollen sich schämen. Genau. So. Dann fand ich es sehr interessant, auch nochmal auf der FIBO, habe ich ja so ein Interview gemacht. Das war am ersten Tag, wo ihr wisst ja, diese Tonprobleme, nichts kam dabei raus. Naja, wie auch immer, brauchen wir nicht immer zu reden, haben wir lange genug drüber geredet, bla bla bla, alles scheiße, gut. Auf jeden Fall kam so ein netter junger Mann zu mir, der sagt, hey, ich habe so einen Channel, da interviewe ich nur IFBB Pros in Germany und weiß jetzt gar nicht, ob auch woanders, wie auch immer. Und ich weiß ja, dass du IFBB Pro bist. Wer hat das denn nicht gewusst? Ich gehe damit nicht hausieren, weil ich fühle mich nicht als IFBB Pro. Ich habe auch niemals auf einer Pro-Bühne gestanden als IFBB Pro. Ich wollte zum Master Olympia gehen in 2003 und habe mir meine Pro-Karte in 2002 dann bestellt. Ja, wusste ich damals nicht, dass das nur im Kalenderjahr gilt. Ich dachte, das gilt für das ganze Jahr und habe dann Ende November 120 Dollar bezahlt, dass die Pro-Karte noch einen Monat gut war. Ja, sagt ja auch keiner, wie auch immer, ist egal, schon lange her, über 20 Jahre, wie auch immer, ja. Und der hat mich interviewt und hat gesagt, ja, weißt du, was die Leute sagen? Die sagen, wenn du bei der Nava judgst oder bei irgendeinem anderen Verein außer der IFBB Pro, dann hast du keine Ahnung vom Judgen. What? Sehen die irgendwie anders aus? Haben die andere Muskeln? Ja, mehr Muskeln, aber sind die anders? Muss ich da anders irgendwie gucken? Oder es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist nichts wert, dass ein Nava Mr. Universum-Titel nichts wert ist. Und so, ihr hättet mal früher sehen sollen, na aber Mr. Universe, was da für Kaliber aufgelaufen sind, ja, da hätte keiner von euch eine Chance gehabt bei euren Pro-Qualifier-Bullshit, ja. Die hätten auch die Pros noch mit aufgemischt, ne. Fällt mir mal gerade Charles Clermont ein, der Gesamtsieger wurde bei meinem ersten Mr. Universum-Versuch 1986, ja, ja, ich weiß, bin alt, ne. Der dann auch eine relativ gute IFBB pro Karriere hatte bei Mr. Olympia und bla bla bla. Aber ich sag nochmal, die Jungs waren erste Sahne um Mitte der 90er, Ende der 90er, 2000er. Aber die Nava war genauso stark, wenn nicht stärker teilweise, als die IFBB. Wisst ihr das nicht? Ne, wisst ihr nicht. Aber ihr habt keine Ahnung. Ihr könnt nur fünf Jahre zurückdenken und dann wisst ihr vielleicht noch ein bisschen was in den letzten fünf Jahren, was da so abgelaufen ist in der Geschichte des Bodybuildings mit der IFBB. Weil alles andere zählt ja nicht. Wenn du irgendwo anders gewonnen hast, zählt ja nicht. Wenn du irgendwo anders gejudged hast, hast du keine Ahnung vom Judgen. Zählt ja nicht. Ha! Ich lach mich tot, ey. Wirklich. Tot. Ich sag euch mal den Unterschied. Ich hab ja bei der NPC in Amerika gejudged. Okay? Nein, keine Profis. Amateure. Meine Erfahrung ist, der Judgenpanel, jedes Mal von der NPC, die unfreundlichsten Leute, Leute, die einen Höhenflug hatten, Leute, die gedacht haben, die sind der Shit, die sind besser, die haben irgendeine Powerposition und, 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 und. Hab ich mich immer am unwohlsten gefühlt. Und das hat natürlich nachher in einem Streit mit diesem Korinthen-Kacker John Lindsay ausgeartet, ja? Dass ich ihm gesagt hab, fuck you! Und bin dann vom Judging-Table weggegangen, ne? Das ist der Ben, ja? Der macht das schon mal. So, ähm, das dazu. Und ob du das jutscht oder das, ist alles dieselbe Kacke. Gar kein Unterschied, ja? Und denkt nicht, weil ihr IFBB Pro seid. Ist ein Witz heutzutage. Sorry! Ist ein fucking Joke. Wenn ihr nicht zu den Top Ten gehört in der Welt, ihr seid ein Joke in dem Moment. Immer noch. Ihr könnt euch noch hocharbeiten. Ja, klar. Aber mit 1.500, also fast 1.500 Pro Karten pro Jahr, davon sind, naja, ich nehm das mal zurück, wenn ihr nicht Top Ten seid. Von den 1.500 Pro Karten pro Jahr sind 1.480 ein Witz. So, das ist meine ehrliche Meinung. Bei 1.500 sind 1.480 ein Witz. 20 sind wahrscheinlich pretty good. Die sollten auch Pro sein. Ja? Alles andere, nee. Und die meisten stellen sich eh nicht auf eine Pro-Bühne. Die machen dann, ja, im IFBB Pro. Hey, Ben ist IFBB Pro. Wo liest du das? So ein Scheiß. Interessiert mich gar nicht. IFBB Pro. Ja? Okay? Weil so fühle ich mich nicht, so bin ich nicht. So war ich nicht. Und ich habe nie so auf der Bühne gestanden. Und das Minimum ist, dass man mal so auf der Bühne auch steht, um es überhaupt so zu nennen. Und dann gibt es noch den Unterschied. Was ist ein Pro? Ist jemand, der damit Geld verdient? Und wenn du kein Geld verdienst mit diesem IFBB Pro-Titel, ja, wenn du noch nicht mal einen Sponsor hast, dann bist du kein Pro. Ja? Ein Pro heißt Professional. Das heißt, ich lebe davon. Okay? Und wenn du nicht davon lebst, bist du kein Pro. Dann bist du einfach nur ein Amateur mit einer Pro-Karte. Und der Ben hat als Amateur viel mehr Geld verdient als 99,9% der Pros heute. Okay? Das mal nur zur Klarstellung, ne? Ja? Also, unglaublich. Was auch immer. Das war mein kleiner Sonntags-Rend. Demnächst gibt es demnächst in ein paar Tagen unsere tolle Heimreise-Story. Einiges passiert. Dann starten wir wieder durch mit Peptiden. Und es kommen ja auch ein paar Meisterschaften jetzt, die mal wieder kommentiert werden von dem, der noch keine IFBB Pros gejudged hat und somit keine Ahnung hat. Ja? Ja? Ich sage sowieso, IFBB Pro-Judging ist so das Einfachste in der Welt. Alle haben sie in die Hosen voll, die vorne am Judging-Tisch sitzen. Der Einzige, der unter Kontrolle ist, ist der Head-Judge, weil der stellt sie so auf. Hör, Mitte und rechts. Bis da zweiter Platz. Links dritter Platz. Vierter Platz. Fünfter Platz. Ja? So ungefähr. Und so wärtet ihr. Und wenn ihr da so ein bisschen raus seid aus der Norm, aus den Werten, dann wird das nächste Mal gar nicht mehr reingenommen. Deswegen haben die alle Schiss. Keiner braucht nachzudenken. Ah, Head-Judge. Ah, okay. Ja. Der in der Mitte gewinnt. Okay. Ah, der. Rechts. Zweiter. Ah. Dritter. Ah. Vier. Ja? Ist da zu? Ich habe so viele Wettkämpfe erlebt, wo das bei der NABBA nicht so war. Wo jemand, der außen gestanden hat. Oh, ich gebe mal so ein anderes Beispiel. Wie ich Mr. America wurde. Ich habe nicht einmal in der Mitte gestanden. Nicht einmal. Da habe ich schon gedacht, was ist denn hier los? Habe ich schon nicht einmal in der Mitte gestanden. Drei oder vier Vergleiche gehabt. Immer so ein rüber, zwei rüber von der Mitte. Wie auch immer. Und das Ding ganz klar gewonnen. Aber die haben ja keine Ahnung. Nur die... Es judgt nur der Head-Judge bei der IFBB Pro. Ja? Alles andere ist einfach nur Follow. Follow. Ah. Head-Judge. Ah. 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 Gut. That's it. Das ist how tough judging is bei den IFBB Pros. Okay? Also, jetzt bin ich aber endgültig fertig mit meinem Sonntagsrent und wünsche euch einen schönen Sonntag. Rebt euch nicht auf. Na? Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich hatte viel Spaß auf der FIBO. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben Wellensest. Out, out und out.